BING BING SHARE! Okay, sorry. Okay, Leute. Das war das erste Treffen. Wer seid ihr? Ich bin der Mati. Ich bin die Leonie. Hallo! Leonie? Wer ist da hinten noch? Maike. Maike. Was haben wir gerade gemacht? Wir haben uns getroffen. Es waren mehr Leute als erwartet. Es waren ungefähr 100 Leute. Wir waren mehr als 10. Mehr als 10. Also es war richtig cool. Wir hatten eine gute Energie. Wir waren auch ein bisschen nach Hause gekommen natürlich. Ja, genau. Wiederkommen. Wiedersehen. War schönes Gefühl. Heimat. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss. Keine Ahnung, was mache ich jetzt noch? Jetzt ist die Sache weg. Wir fragen an, wie wir aufgehört haben oder so. Ich habe noch was zu tun. Was machen wir hier? Keine Ahnung. Wir stehen vor Annas Tür. Oh, das klingt geheim. Hallöchen. Wie auch was weiß ich. Okay, ich bin in das Dramaturgietreffen reingeraten. Und Maike, wie fandest du's? Spannend, krass geil. Ja, aber mehr gibt's da nicht zu sagen. Ich finde, wir haben ein paar interessante Ansätze, die verfolgen wir in ein paar Tagen weiter. Und ich habe noch Lust auf ein Bier und Maike hat noch Lust auf Chips. Also bis dann! Das war's nicht so. Das war's nicht so. Das war's nicht so. Ich habe noch nicht so. Die Tür reihe aus, wie wir uns noch einsetzen. Ich habe noch nie, aber auch noch nicht so. Das war's nicht so. Wie es Welle ist. Das ist ja gefährlich. Ganz ehrlich, der Workshop ist schon verdammt cool gewesen. Wenn ihr also mehr davon sehen wollt, dann schreibt es doch unten rein und wir gucken, was wir tun können. Beide mit's. Ja. Wir werden ja nicht so weit jetzt das gute KMV, wie es ist. Ey, das hat schon was. Also das schafft Aufmerksamkeit. Ohne Witz. Kannst du mal aufhören zu sehen? Was? Ohne Witz. Bis zum nächsten Mal.